Noch ein Gag, das ist mir gerade eingefallen. Wir konnten ja schon ein bisschen Englisch als Kinder. Und der Opa, Milwauke, da haben wir Habs, Verwandtschaft, Milwauke. Und die Wahrheit ist ja westlich vom Lake Michigan. Da gibt es ja viele deutschstämmige Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da sind ja Verbande von mir, enge Verbande sogar. Und ich, da war ich so zehn oder zwölf. Opa, Milwauke. Und der Opa dann, Milwauke. Milwauke. Ja, den Ort sage ich mal, sicherheitshalber nicht. Und dann war tatsächlich mal, das habe ich schon mal erzählt, eine Gruppe da, wo ich Führung gemacht habe beim Essmilheizkraftwerk Böbing vor 22 Jahren oder 20 Jahren oder wann das war. Und die waren genau von dort, von University of Wisconsin. Die University of Wisconsin. Und We Need a Translator. Also, das war schon interessant. Also, die Erde ist klein eigentlich und doch so groß. Wertvoll, klein und groß. Aber das kommt auf die Kleinheiten, Feinheiten an. Und dass jetzt da ein schöner Tag auf mich wartet, das ist wichtig. Und den will ich versuchen zu genießen. Ich muss trotzdem ein paar Sachen erledigen. Und dann wird es hoffentlich ein schöner Urlaubstag, mitten im Winter, so kurz vor Weihnachten, so diese Adventszeit. Das kenne ich auch. Wo man dann auch bis zur Besinnung kommt. Und das hat sogar mal, mein Landrat hat gesagt, Kontemplation. Er hat also in einem Weihnachtsgruß von Kontemplation gesprochen. Er ist ja, glaube ich, auch religionslos, wenn ich es richtig weiß. Und wohnt in einem anderen Kreis. Also keine Residenzpflicht. Südlich wohnt er irgendwo. Aber Kontemplation hat mir gut gefallen. Also ich werde mal heute mich der Kontemplation hingeben. Schönen Abend noch.